Ich war in den ersten beiden Wochen der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen auf Sardinien. Hin war schon etwas tricky, weil der Flug drei Stunden Verspätung hatte. Zurück war noch döver, Flug ist ausgefallen, wir mussten nach Düsseldorf fliegen statt nach Köln. Und was war da? Ein riesen Kofferchaos. Also da lagen hunderte, wenn nicht sogar tausende Koffer überall bei der Kofferentgegennahme rum. Zum Glück kamen unsere Koffer und waren nicht weg. Was aber, wenn die Koffer weg sind? Was, wenn ihr auf dem Hinflug seid? Ich zeige euch, ob ihr euch dann einfach neue Klamotten kaufen dürft. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke. Und wer Bock hat, abonniert einfach diesen Kanal, denn hier gibt es praktische, wichtige und wertvolle Rechtstipps fürs Leben. Und die gibt es nicht nur hier auf diesem Kanal, nein, nein. Die treuen Zuschauer wissen das, die gibt es auch in meinem neuesten Buch, der Taschenanwalt. Und wir befinden uns ja im WBS-Sommerprogramm. Rund drei Wochen lang haben wir hier Sommerprogramm. Und in diesem Sommerprogramm lese ich euch was vor aus dem Taschenanwalt. Denn der Verlag hat gesagt, ich darf was kostenlos raushauen für euch. Und heute ist es genau diese Frage, die auch praktisch für den Sommerferien passt. Was ist, wenn mein Koffer plötzlich Futschi Kato ist und habe ich dann einfach Pech gehabt oder nicht? Also, habe ich Pech gehabt, wenn mein Gepäck auf dem Flug verloren geht. Es ist wohl so ziemlich die Horrorvorstellung eines jeden Reisenden. Da steigt man dick eingemummelt im winterlichen Deutschland in den Flieger und freut sich schon darauf, im herrlich warmen Süden endlich das Hawaii-Hemd oder den Strandtuch überzuwerfen. Unterwegs passiert das dann, was nicht passieren sollte. Das Gepäck mit der Sommerkleidung hat es leider nicht zum Zielort geschafft. Also steht einem erstmal eine Shoppingtour mit gefütterten Schuhen und Wintermantel an bei 35 Grad im Schatten. Gute Erholung dabei. Und als ob das nicht schon das Schlimmste wäre, droht auch noch Ärger mit der Fluggesellschaft, weil die natürlich keine Lust hat, einem das verlorengegangene Reisegepäck zu erstatten. Gut ist es dann, wenn man den Taschenanwalt im Urlaub dabei hat und im Handgepäck mit sich rumträgt. Denn kommt euer Gepäck nicht an, solltet ihr sofort den Gepäckschalter des Flughafens, also den Lost and Found Schalter aufsuchen. Meldet euer Gepäck außerdem beim Customer Service der entsprechenden Fluglinie als vermisst und füllt das Formular aus, das der Mitarbeiter euch geben wird. Manche Fluglinien halten zudem Notfallpakete mit Zahnbürste und Unterwäsche für solche Fälle bereit. Fragt außerdem direkt nach einem Vorschuss, um die wichtigsten Dinge einzukaufen, die ihr am Urlaubsort braucht. Den könnt ihr nach dem sogenannten Montrealer Übereinkommen nämlich verlangen. Habt ihr eine Pauschalreise gebucht, solltet ihr euren Reiseveranstalter informieren. Ihr könnt dann nämlich später einen Teil eures Reisepreises wegen entgangener Urlaubsfreude zurückbekommen. Wenn das gesamte Gepäck nach 21 Tagen nicht auffindbar ist, gilt der Koffer als verschollen und die Fluglinie muss den Zeitwert des Kofferinhalts ersetzen. Wenn ihr nicht gerade ein Foto des Kofferinhalts oder Kaufbelege zur Hand habt, könnt ihr einfach den Vordruck der Fluglinien ausfüllen, indem ihr den ungefähren Wert und das Alter des Inhalts angeben müsst. Die Fluglinien werden auf dieser Basis den Wert eures Koffers schätzen. Allerdings haften sie nur bis zur Grenze von rund 1.385 Euro pro Person. Wertgegenstände wie Bargeld, Dokumente und Schmuck werden bei einem Kofferverlust allerdings nicht ersetzt. Nehmt eure Wertsachen also lieber mit ins Handgepäck und verzichtet beim Urlaub auf Luxusgegenstände. Hoffentlich hat euch der Tipp gefallen, hoffentlich ist er wichtig, hoffentlich kommt euer Gepäck an und nix ist weg. Und den Taschenanwalt, den seht ihr hier in der Caption unten, da kommt ihr rein, kostet 14,99. Das Buch ist eine schöne Urlaubslektüre, muss man sagen, 270 Seiten und da hat man solche praktischen Tipps, die ich zusammengetragen habe, war ich so ein Jahr dran, immer mal wieder, nach dem Dreh der YouTube-Videos habe ich den Taschenanwalt verfasst. Und als Hörbuch gibt es den auch und so einen kleinen Vorgeschmack aufs Hörbuch habt ihr gerade ja schon gehört. Genau so hört sich das dann auch im Hörbuch an. Das Hörbuch ist ein dickes Ding geworden, ich meine fast 8 Stunden, pulsiert aber noch viel länger, wenn man sich auch ab und an mal ein bisschen verspricht, aber das ist auch eine knackige Nummer. Ich glaube, da gibt es richtig ordentlich was für sein Geld. Danke euch für eure Aufmerksamkeit, hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Morgen gibt es die spannende Frage zu klären, ist man entweder ein Junge oder ein Mädchen oder gibt es noch irgendwie was dazwischen und wie ist das dann rechtlich zu beurteilen? Also, wer da dabei sein will, lässt ein Abo da, ansonsten hier noch die beiden Videos für heute. Danke für eure Aufmerksamkeit, bleibt gesund und bis morgen.